Hallo und willkommen zurück zu Paladins mit dem Doktor! Ja, hallo! Und heute spiel ich mal Willow und der Doktor, wartet, wartet, spielt PAPA! Victor! Victor, Victor! Aber ich habe schon vorgeschlagen, das nächste Mal spiele ich was anderes. Er hat dann bloß nicht gesagt, wann das nächste Mal. Ja, das nächste Mal. In der nächsten Aufnahme-Session. Da bin ich gespannt drauf. Darfst du auch sein. Ja, lass mich da gerne überraschen. Warum habe ich hier alle drei, Anthroxys, Willow und Miever? Weil du kacke bist. Danke. Das tat mir jetzt weh. Hula! 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 Die kann mich rausschießen, die dumme Drecksau. Ja, zu Recht! Hahahaha! Und dabei war ich so gut, habe sie abgehalten die ganze Zeit. Hä! Und dann schießt die mich überlaufen aus dem Ding raus. Hula! Ich komme echt nicht vorbei. Ich habe hier Miever, Willow und Anthroxys direkt an. Boah! Und Miever versteckt sich auch noch so hässlich, okay? Macht sie gut! Hula! 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 Antroxys hat auch analytics. Alter, Alter, Alter! Ja, die... Aber jetzt haben sie's, jetzt haben's es, naja! Oh, wir sind ja Overtime. und jetzt haben es übergleich aber schon so an rox ist dauer ja aber nicht nach der bevor er mich noch mal weggeratzt hat er sich noch mal ja ja ach komm noch ein schuss wegen einem schuss nein und ich hatte mich fast schilder haben es ok tötete doch ein proxus auch da war wieder das waren zu viele aber will kann auch ja will kann auch fliegen ich bin so schnell immer dauer ich komme gar nicht hinterher ok schade die stehen schon direkt am eingang das ist hässlich ja was wo kam denn er war von hinten das ist das ist ein neues das muss man lassen oder kam nie viele unterdruckst du sie da also man muss den gegnern auch credit dafür geben wenn sie es können dann also drauf haben sie es auf jeden fall da muss man gut abziehen dann dann akzeptiere ich das auch so weißt du dann ist okay ja die man muss verdammt gut also das ist nicht so dass du sagen könntest wir verlieren wo wir zu schlecht sind weil wir weil wir genau auf dem level sind ja man muss auch sagen ich geiste hier seit jahr und tag mit den standard kartendecks hier rum ne ja okay ja gut die solltest du vielleicht irgendwann mal ändern du wolltest mir mal zeigen wie das geht aber das hast du dann immer noch nicht gemacht ja ja du hast gesagt irgendwann nach einer aufnahme ich bin bereit alter siebener antrox ist eine zwölfer will und achter kaum massen durchziehen was nicht schlecht ich weiß nicht wie er das gemacht hat ich weiß nicht wie er das gemacht hat aber er hat mich weggeräckt er hat mich einfach weggelatzt als wäre es nix so mev bombking nein jetzt habe ich hier die andere mev ich kenne antrox wird genau in der gleichzeit auch gekillt und du wirst auch von willow gekillt ja ja in deinem ulti ist das hässlich kann man mal machen aber was passiert was passiert auch gut woher kommen die denn immer alle wieder ich denke gerade auch cool bin sicher da bambam bumbum gibt es doch gar nicht hier sorry ja wenn ich ihn wenn ich ihn sehe ist es meistens zu spät ja geht mir genauso aber ihr bräuchte doch ein prozent ein prozent ich bin jetzt besser wie die letzte auf jeden fall so antwort ist es dauern ja danke bitte war zu spät ich habe mich wieder aber schuld zumindest mal langsam auf du nicht ein kill willow willow und dann drogste stehen bei uns im sporn bereich okay das ist natürlich extrem hässlich und dann stirb jetzt androx ist es daun probiere gerade hier irgendwie mit dass daun nein nein kommt dass ich sterben danke es war jetzt vorne ok scheiben kleister der gut hat er mich aus dem app raus gekickt ja schade jetzt hatte ich erst grad dann kommt wieder ein trock so ist ja ich bin auch dauern lief wieder die hüpferei von dem die ist echt hässlich ja an der punkte hat bis sogar okay neues bisschen schlug und er ist wieder an proxos ich war gerade von king so dran schade ja die hat ordentlich was weggelats ja es war gut und das ohnehin ja gut gewissen der mensch output das ist halt genau das ist schade was haben wir 14 14 41 tausende schaden aber trotzdem den meisten willigst wissen 13 15 schade ja gut was was wollen wir machen dann würde ich sagen springen wir gleich in die zweite folge bis gleich bis gleich meine freunde und doch das freunde party zu leider nicht mehr so von daher würde sagen wir lassen heute mal die zweite runde kommt aber beim nächsten mal wieder bestimmt hoffen wir es wenn es euch trotzdem gefallen hat lasst daumen runter und dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin haut da rein und schausend tschüssi